Hallo Tayo! Klicken Sie hier, um sich anzumelden! There we can see Carrie motoring along the bridge. Carrie is a car carrier truck and she is transporting four young cars. There is a baby van named Bongbong, fast asleep with the other baby cars. The little cuties. Sounds like they're all asleep. What? Are you okay? Yes, I think so. Poor baby. Scared you, didn't it? It's okay. It's okay. I'm so sorry. It's okay. I'll be on my way now. Everything is okay now, kids. I said it's okay. Oh no! Carrie must not have noticed that she left the baby van behind. Wow! It feels great! Huh? Why has that car stopped? Is something wrong? Hello? Is everything okay? Huh? Huh? He's asleep! Hey! Wake up! You can't sleep here! It's dangerous to sleep on the road! Go on, move along! Huh? I don't remember seeing you around here. I'm Tayo. What's your name? Tayo? I'm Bongbong. Bongbong? That's a cute name! So it's your first time in this neighborhood? Mm-hmm! Today is my day off! How about… I show you around the city! Really? Yes, please, please! Good! I was bored anyway. Let's go! Tayo's off today, isn't he? Yes! I wonder what Tayo is doing now! Hmm, me too! Huh? What? Lani, look over there! Oh my! It's some baby cars! They're so cute! Gani, let's take a closer look! Mm-hmm! Hello! Oh! Well, hello, children! The baby cars are so cute! Oh, they must be asleep! Mm-hmm! They fell asleep! It's really amazing how you carry three cars at a time! It's not a big deal! What? Did you say three? Yes! Three! Two up top and one on the bottom! That makes three, right? No! That can't be! But isn't it dangerous to drive around with the back door open like that? What? Was it then? What seems to be the matter? Something terrible has happened! I've got to find him! Huh? Wow! This is the city! What do you think? Huge, isn't it? Ah! The signal changed! Wow! Let's slow down! Huh? No, Bong Bong! Stop! Huh? Bong Bong! That's a red light! Why didn't you slow down? I'm sorry! I didn't know! You didn't know? Hmm... You're not familiar with the traffic laws, are you? Traffic laws? What is that? That explains it! Red light means stop! Get it? Good! I'll teach you the laws! So just follow my lead! Okay, got it! Tayo cheerfully taught Bong Bong the traffic laws while showing him around the city! Come on! Now you're getting it! Good job! Hey! Bong Bong, you're doing well! I'm good! Bong Bong, would you like to go visit the bus garage? The bus garage? Yes! There are lots of friends to meet there! It'll be fun to play with them! Wow! Okay, I want to go! Good! Let's go! Okay! It's going to be fun! How exciting! Tayo, the little bus! Bong Bong! Bong Bong, where are you? Oh no! He's not here either! Oh, where could he be? The bus garage is where we live, Bong Bong! Wow! What do you think? Do you like it? Yes! It's the best! It's almost time for the other buses to get here! Here they come! We're back! Hey everybody! Everybody! What? Tayo! Hello! Hi! 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 So, who is he? I met him today on the highway, and I thought it would be fun to bring him here to the garage! Okay, Bong Bong, let's play! Wow! Sounds like fun! Oh, Bong Bong, where are you? Hey, isn't that Carrie? Carrie! Oh, Cito! Long time no see! What are you doing here? One of the baby vans I was transporting today disappeared! What? I've been looking all over, but there's no sign of him! I'm gonna go to the police! Okay, Carrie! Carrie, are you okay? You look really tired! Yes, it's been a little while since I've had fuel. This won't do, Carrie. Let's just head to the bus garage and get you some fuel. But I have to hurry up and find Bong Bong! Yes, but what if something happens to you too? Let's get you refueled first, okay? Oh, okay. Alright, follow me. Okay. I am a monster truck! Boo! A Bong Bong monster truck! Bong Bong can do it too! Woo! What is that? When did he do that? What? He does it much better. Aw, no way! No way! Sounds just like him! Wow, Bong Bong is really good at this! Mm-hmm! Bong Bong is good! Bong Bong can copy anything! Really? Then can you do this? Huh? Bong Bong, you're the best! Uh-huh! I think you're better than Tayo! Hey kids! Huh? Hey! Did everyone have a good time? Yeah! Good! But it's getting dark now, Bong Bong! You should go home too, right? Go home? Yes! Don't you have to go home now? Uh, Carrie is the one that takes me home! Carrie? Carrie? Huh? Who's Carrie? Where is she now? Uh, uh, um... There she is! Bong Bong! Oh, Carrie! Oh, Carrie, you're here! Oh, Bong Bong, I've been looking all over for you! Ah, so that's what happened! Makes sense now! I'm sorry, I had no idea! Not at all! It's completely my fault for losing him! I'm grateful that you took such good care of Bong Bong! Not at all! Well, we'll be on our way now! Bong Bong, climb on! No! Why, Bong Bong! Come along now! No! No! I want to stay and play! Bong Bong! I'm not going! I'm not going away! Oh! Bong Bong must have really warmed up to you all! Bong Bong, that's enough! Get in the back! I don't want to! You don't need to carry him! What? Bong Bong! You're good enough to drive on your own now, aren't you? Huh? That's right! Bong Bong can drive alone now! Well then, Bong Bong, show Carrie just how good you are! Huh? Bong Bong even knows the traffic laws now! If you show Carrie how good you are, then you can visit us whenever you like! Right? Yeah! Good! Get going then! Okay! Thank you, Tayo! Don't mention it! Hurry up, Carrie! Okay, okay! Bye-bye Carrie! Bye-bye Bong Bong! Bong Bong! Have a safe trip! See you soon! It's a good thing Bong Bong and Carrie found each other! The young buses and Bong Bong spent a wonderful day together! Tayo and Bong Bong! Tayo and Bong Bong! Es ist ein schöner Morgen! Tayo fährt schnell und mit Freude am Flussufer entlang! Oh! Wunderschön! Wow! Immer wenn ich an der Flussstraße entlang fahre, fühle ich mich so toll! Tschüssig! Meinen carol! Hmmm… fetal! Dort fährt Carrie über die Brücke. Carrie ist ein Autotransportwagen und transportiert vier junge Fahrzeuge! Das ist der Babybus namens Bong Bong… …der mit den anderen Babyautos tief schläft! Die kleinen Schätzchen! Sie schlafen alle gut. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Arme Babys, hat euch das Angst gemacht, nicht wahr? Alles okay. Oh, alles okay. Das tut mir so leid. Schon okay. Ich fahr da mal los. Jetzt ist alles okay, Kinder. Ich sagte, es ist okay. Oh nein. Carrie hat wohl nicht gemerkt, dass sie den Babybus zurückgelassen hat. Wow, ich fühl mich toll. Oh, warum hat der kleine Bus angehalten? Stimmt etwas nicht? Hallo, alles in Ordnung mit dir? Hä? Hä? Er schläft? Hey, aufwachen. Du kannst hier nicht schlafen. Oh. Es ist gefährlich, auf der Straße zu schlafen. Na los, beweg dich. Also, ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin Tayo. Wie heißt du? Tayo? Ich heiße Bongbong. Bongbong? Ein süßer Name. Bist du zum ersten Mal in dieser Gegend? Oh. Heute ist mein freier Tag. Wie wär's mit deiner Stadtführung? Wirklich? Ja, bitte, bitte. Gut. Mir war sowieso langweilig. Los geht's. Tayo hat heute frei, oder? Ja, ich frage mich, was Tayo gerade macht. Hm, ich auch. Hä? Was? Lani, sieh mal dort. Meine Güte. Baby Autos. Die sind so niedlich. Gani, wir sehen uns das mal genauer an. Mhm. Hallo. Oh, na hallo, Kinder. Die Baby Autos sind so süß. Oh, sie schlafen wohl. Mhm. Sie sind eingeschlafen. Es ist wirklich erstaunlich, dass du drei Autos auf einmal schlägst. Es ist nichts Besonderes. Was? Sagtest du drei? Ja, drei. Ja, zwei oben und eins unten. Das sind drei, oder? Nein, das kann nicht sein. Ist es nicht gefährlich, mit offener Ladeklappe herumzufahren? Was? Was? Oh, da war das also. Was ist denn los, Carrie? Es ist was Schreckliches passiert. Ich muss ihn finden. Oh. 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 Äh. Oh. 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 Die Ampel ist rot. Warum hast du nicht angehalten? Tut mir leid. Das wusste ich doch nicht. Das wusstest du nicht? Du kennst die Verkehrsregeln gar nicht, oder? Verkehrsregeln? Was ist das? Ah, deshalb. Rote Ampel bedeutet anhalten. Verstanden? Gut, ich bringe dir die Verkehrsregeln bei. Folge mir. Okay, verstanden. Tayo brachte Bonbon die Verkehrsregeln mit Vergnügen bei und führte ihn durch die Stadt. Komm schon, jetzt hast du's. Toll gemacht. Hey, Bonbon, du machst das gut. Ich bin gut. Bonbon, wollen wir jetzt zum Busdepot fahren? Zum Busdepot? Ja, dort kann man viele Freunde treffen. Mit denen macht das Spielen viel Spaß. Wow, ja, da will ich hin. Gut, los geht's. Okay. Haha, das wird echt toll. Wie aufregend. Tayo, der kleine Bus. Bonbon. Bonbon, wo bist du? Oh, oh nein, hier ist er auch nicht. Wo könnte es sein? Oh. Das Busdepot, wo wir wohnen, Bonbon. Wow. Was meinst du, gefällt es dir? Ja, es ist toll. Wow. Die anderen Busse müssten bald hier sein. Oh, schau, da sind sie ja. Wir sind zurück. Hallo allerseits. Hallöchen. Oh. Was? Tayo. Hallo. 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 Sag mal, wer ist das denn? Ich hab ihn auf der Schnellstraße getroffen. Ich dachte, es würde Spaß machen, ihn ins Depot zu bringen. Okay, Bonbon, lass uns spielen. Wow, das klingt super. Oh, oh, Bonbon, wo bist du? Hey, ist das nicht Carrie? Oh, oh. Carrie. Oh, oh, siehst du. Lange nicht gesehen. Was machst du denn hier? Einer der Babybusse, den ich heute transportierte, ist verschwunden. Was? Ich habe überall gesucht, aber ich kann ihn nicht finden. Ich fahre zur Polizei. Okay, Carrie. Oh, oh. Carrie, alles okay? Du siehst wirklich müde aus. Ja, es ist eine Weile her, seit ich getankt habe. So geht das nicht, Carrie. Wir fahren zum Busdepot und tanken dich ordentlich auf. Aber ich muss mich beeilen und Bonbon finden. Ja, aber was ist, wenn dir auch etwas passiert? Wir tanken dich zuerst auf, okay? Okay. Okay. Okay, mir nach. Gut. Ich bin ein Geisterwagen. Buuuhu. Bonbon will es versuchen. Bonbon kann es auch. Buuuhu. Was ist das? Wann habe ich das gemacht? Was? Er macht es viel besser als du. Ah, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Klingt genau wie er. Wow, Bonbon kann das wirklich gut. Bonbon ist gut. Bonbon kann alles nachahmen. Wirklich? Kannst du das denn? Bonbon kann das auch. Ich denke, du bist besser als Tayo. Hallo Kinder. Hallo. Hat es euch allen Spaß gemacht? Ja. Gut. Aber jetzt wird es gleich dunkel. Bonbon, du musst auch nach Hause, oder? Nach Hause? Ja, musst du jetzt nicht nach Hause? Äh, Carrie ist diejenige, die mich nach Hause bringt. Carrie? Hä? Carrie? Hä? Oh, wer ist denn Carrie? Wo ist sie jetzt? Ähm, 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 ähm... Oh, da ist sie ja! Bonbon! Oh! Oh! Carrie, Carrie, du bist hier! Bonbon, ich habe dich überall gesucht! Ah, das ist also passiert! Das macht durchaus Sinn! Es tut mir leid, ich hatte keine Ahnung! Keine Ursache, es ist meine Schuld! Ich habe ihn verloren! Danke, dass du dich so gut um Bonbon gekümmert hast! Keine Ursache! Nun, wir machen uns jetzt auf den Weg! Bonbon, einsteigen! Oh! Warum nicht, Bonbon? Komm mit! Nein, nein! Ich möchte hierbleiben und spielen! Bonbon! Also Bonbon muss euch alle wirklich gern haben, nicht? Bonbon, das reicht jetzt aber! Steig ein! Ich will nicht! Du musst ihn nicht transportieren! Was? Bonbon! Bonbon? Du bist jetzt gut genug, um alleine zu fahren, oder? Hä? Das stimmt! Bonbon kann jetzt alleine fahren! Hm, also gut, Bonbon! Zeig mal Carrie alles, was du kannst! Oh? Bonbon kennt sogar die Verkehrsregeln! Oh! Wenn du Carrie zeigst, wie gut du bist, dann kannst du uns jederzeit besuchen kommen! Oh! Ja! Gut! Also los dann! Okay! Danke, Tayo! Nichts zu danken! Beeil dich, Carrie! Okay, okay! Tschüss, Carrie! Tschüss, Bonbon! Bonbon! Gute Reise! Okay, bis bald! Gut, dass sich Bonbon und Carrie gefunden haben! Die kleinen Busse und Bonbon hatten einen wunderschönen Tag zusammen!